1,5 Stunden bis zum Start. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich eigentlich, außer dass ich ein bisschen friere hier draußen, fühle ich mich eigentlich ganz gut. Also vorbereitet bin ich. Und ja, gleich geht's los. Vor mir ist das eine Zeit. Und da 1,10. 1,7,49. Das wird ja immer langsamer. Du hast vorhin 1,6 gesagt. Nee, 1,7 gewesen. Also ja, also jetzt. So, Warm-up und los. Und hier sind wir beim High Rocks Edition 2 von Johann. Sind dich hier beim Warm-up? Ja, da habe ich mich richtig gut gefühlt dabei. Das war nochmal wichtig, alles so ein bisschen, die ganzen Übungen nochmal kurz durchzumachen, um zu wissen, okay, darauf kommt es jetzt an, wie hier beim Sled-Push, einfach nochmal die Technik zu korrigieren. Die war nämlich beim ersten Mal dann nicht optimal. Ja, und hier sehen wir schon direkt den Start. Wir steigen direkt ein und boom, da ist der Startschuss erfolgt. Und wie immer rennen alle erstmal wie bescheuert raus aus dem Gate. Du hast es diesmal ruhig angehen lassen. Was man vor allem sieht, ich habe ein T-Shirt an. Ja, stimmt. Ich habe mich noch nicht getraut. Ja, die anderen Jungs, die oberkörperfrei waren, die sind dann doch nochmal ein bisschen fitter. Unter anderem Golo hier, Golo Röcken, wer ihn kennt, Top-Mann, Top-Trainer. Und da ging es auch direkt an den Ski-Ergometer, so heißt das Ding. Ich bin auch 3,36 gerannt, Nick, also was ich gar nicht gedacht habe. Also irgendwie sah es langsamer aus. Ja, vorher bist du 3,21 gelaufen beim ersten Mal. Wir haben ja die Zeiten vor uns liegen und jetzt 3,36, also ein bisschen lockerer angegangen. Und beim Ski-Ergometer hast du auch versucht, sauber zu arbeiten. Die Technik sieht diesmal schon viel besser aus als das letzte Mal, wo du da irgendwie über die Seite gedreht hast. Genau. Ich hatte mir das ja mal, glaube ich, von Imke Zalanda hatte ich mir mal irgendein Trainingsvideo angeschaut und nachgemacht. Ja, jetzt mache ich es auf jeden Fall, wie die anderen Jungs hier auch, ordentlich mit so einer 30er Frequenz ungefähr. Also jede zweite Sekunde ein Armzug, schön runterarbeiten und zwar auch noch relativ locker, weil ich wusste, danach kommt die Hammerübung. Also hier noch nicht all out. Also bist du da bewusst einfach so Puls niedrig halten, sauber durcharbeiten, gucken, dass du nicht zu viel Zeit verlierst, aber auch nicht zu viel Energie verbrauchst. Genau, ich wusste so bei 1,55 pro 500 Meter, das sieht man ja an dem Display, da wollte ich ungefähr bleiben und genau nicht überpacen. Das war halt wichtig, ich habe mir so ein bisschen geschaut, auch wie die anderen da gelaufen sind und ja, das ging eigentlich noch relativ gut. Ja, also man sieht vor dir ein paar wieder raus, bevor es jetzt zum zweiten Laufen geht. Also da bist du jetzt noch so, keine Ahnung, schon relativ schnell im Mittelfeld, würde ich mal so ungefähr schätzen. Und beim Laufen bist du aber schon wieder, hast dich nach vorne gearbeitet. Das finde ich immer ganz spannend beim High Rocks, also da gibt es dann doch riesen Unterschiede, bei denen die laufen können, die die nicht laufen können. Und klar, ganz vorne, die können alles. Aber so unter dem, im hinteren Drittel, sag ich mal, oder ab der Hälfte, da sind welche, die machen die Übungen super schnell, können aber nicht laufen oder andersrum. Richtig, wie er hier, Wahnsinn. Er hat, glaube ich, auch so eine, genau, irgendeine Beinschiene gehabt und hat es trotzdem durchgemacht. Genau, war paralysiert und kann jetzt wieder gehen mit dieser Schiene und hat das komplette High Rocks durchgezogen. Total. Und sie hat mich reingeschnitten, Wahnsinnstyp. Also jeder kann das machen, ne? Ja, jeder kann es machen, so ist es, keine Ausreden mehr. Bei dir sieht man es auch jetzt, zweite Laufen, relativ locker, sah es noch aus und kontrolliert, weil du wusstest, jetzt kommt deine Hassübung, wo du letztes Mal, wie lange hast du gebraucht? 4,53 beim letzten Mal, beim Sled Push. Fast fünf Minuten. Ja, das war ewig, also ich habe den nicht bewegt bekommen, wer sich das Video nochmal angucken will, ein bisschen lachen will, der schaut es sich da an. Hier habe ich jetzt eine andere Technik gewählt und das ging auch sehr gut, aber es war brutal hart, also Nick, ich war, ich war tot. Also es sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus, wenn man das hier sieht, wie du schiebst, hier unten im Bild ist noch einer, nochmal deutlich schneller als du. Das muss dann wahrscheinlich der gewesen sein, der den schnellsten Zeit hat, weil du hattest insgesamt die zweitschnellste Zeit beim Sled Push, oder? Ja, irre, ich war selbst baff, weil einmal musste ich auch absetzen in der Mitte, hier sieht man es, ja, da konnte ich nicht ganz durchmachen, habe dann versucht mal mit gestreckten Armen das zu machen, weil ehrlich gesagt, das geht so auf die Fersen, ja, wenn man das da unten hält. Also jede Technik hat seinen Vor- und Nachteil und die Technik ist zwar super, man kommt relativ schnell voran, aber die Waden glühen. Ja, aber wenn man mal guckt, du hast 2 Minuten 14 gebraucht und beim letzten Mal, wie du gesagt hast, 4 Minuten 53, das ist schon mal eine saukrasse Verbesserung. Ja, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, vielleicht bist du da ein bisschen zu tief gegangen und hättest am Ende der Bahn einfach mal ein bisschen Pause machen sollen oder mitten in der Bahn oder so. Also ich glaube, du wolltest es zu sehr bei der Übung. Ja, ich habe auch den Kopf hier durchgesteckt, dass ich noch hinten diesen Mittelstock direkt an der Schulter habe und da sieht man auch Gergö zwei Bahnen weiter. Golo. Nee, Golo, ja. Gergö stand am Rand. Genau, Trainer stand am Rand, aber hier Golo auf jeden Fall hat auch super durchgezogen und das war so ein bisschen mein Ziel, da durchzukommen. Und ja, dann ging es auch zum Laufen und hier kam der erste Knackpunkt. Ja, man sieht es, ihr lauft schon langsamer los als beim ersten Mal. Ja, also da sieht man wahrscheinlich Puls und Blutdruck durch die Decke. Wow, ja. Ja, Golo läuft an dir vorbei, aber auch nicht bedeutend schneller. Also da ging es darum, jetzt erstmal wieder klar zu kommen beim Laufen, oder? Also hier ging ehrlich gesagt schon gar nichts mehr. Für mich war das Rennen innerlich gelaufen. Ich habe gedacht, das war es jetzt hier jetzt nur noch mit Würde irgendwie durchkommen. Also hat dich schon wieder der Sled-Push gebrochen. Ja, es hat mich wirklich gebrochen. Ich kann es nicht anders sagen. Und auch das nächste Gerät war dann auch wirklich schlimm. Ich bin jetzt hier auch schon abgerutscht von einer angeblich 3,47. Beim zweiten Lauf hatte ich noch und beim dritten waren es dann nur noch 4,16. Und ich würde mal sagen, dass wir hier, das sind keine 1.000 Meter gewesen. Also das war maximal eine 4,40, zumindest subjektiv gefühlt. Subjektiv gefühlt geht es jetzt zum, objektiv geht es jetzt zum Sled-Pull, vom Sled-Push zum Sled-Pull. Und ja, da sieht man dann auch schon, dass da schon ordentlich Körner bei dir gelassen worden sind. Also beim halben High Rocks im Powerhouse hast du es da deutlich smoother durchgezogen. Und was mir noch aufgefallen ist beim Filmen, hier hast du noch am Anfang die komplette Breite, diese 2 Meter, überhaupt nicht genutzt. Wurde im Powerhouse noch so, ja ich darf 2 Meter gehen, jetzt bist du hier. Auf einmal hast du maximal noch 1 Meter genutzt. Ein paar Mal mehr, ein paar Mal weniger. Nachher fängst du noch an, so aus den Armen nur zu ziehen. Also warst du dir gar nicht mehr bewusst, was für eine Technik du überhaupt machen wolltest? Ich war tot, also ich war davor so gebrochen, dass ich einfach nur dachte, oh Gott, wie soll ich das jetzt noch schaffen. Und ja, ich war gar nicht mehr bei der Sache. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen abgeschweift da. Ich hatte die ganze Woche so ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen da zu kämpfen. Und irgendwie, ich war komplett neben mir. Aber dennoch muss man sagen, ich war jetzt, selbst hier beim Schlitten ziehen, war ich über eine Minute schneller als beim letzten Mal. War aber insgesamt jetzt nur 41. Wohingegen ich beim ersten Mal 40. war. Also man sieht auch, dass die anderen Jungs alle besser werden. Und ja, im Vergleich, der hinkt halt vielleicht auch noch. Beim ersten Mal sah es vielleicht besser aus oder auch ähnlich. Aber es war halt deutlich langsamer. Aber hier war jetzt auf jeden Fall, ja, es war ein Kampf. Aber dennoch merke ich, dass ich deutlich stärker geworden bin als beim ersten Mal. Ja, die Übungen waren ja auch alle schneller als beim ersten Mal. Nur das Laufen, nicht? Kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ja, also das war natürlich, da ist mir der Unterschied aufgefallen. Beim halben High Rocks kurz vorher, eine Woche vorher beim Üben sozusagen. Da hast du die Übung super gut durchgezogen. Du warst dir technikbewusst irgendwie. Und jetzt, ja, so ein bisschen im Survival-Wettkampf-Modus eher. Ja, ist das dann die doppelte Länge, die dann einfach das? Oder bist du einfach dann doch ein bisschen drüber gegangen? Oder vielleicht war es noch der Infekt, der drin war oder eine Mischung aus allem? Ich kann es gar nicht sagen. Wir hatten ja beim ersten Mal vor einer Woche, hatten wir ja den Test gemacht, wo wir alles halbiert haben, den halben High Rocks. Und im Powerhouse hatte ich mich da echt gut gefühlt. Vor allen Dingen, weil ich auf einen normalen Teppich geschoben habe, der ja auch immer im Fitnessstudio ist. Und dieses Mal hier auf diesem Teppich, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wir hatten zwar das ausgeglichen mit 100 Kilo mehr, das hat dennoch nicht gereicht. Also wenn man hier zieht über diesen Fleece da, das ist ekelhaft. Und ich war durch den Sled-Push so, ja, einfach vom Herz-Kreislauf-System so am Limit, dass ich einfach wahrscheinlich so im Laktat geschwommen bin, unglaublich, dass ich einfach gar nicht mal richtig nachdenken konnte, was ich da mache. Ja, okay. Und vielleicht natürlich beim ersten High Rocks, da musstest du, wo ich noch für Ironman trainiert habe, ein paar Mal noch mit mir laufen. Ich glaube, du bist auch ein bisschen zu wenig gelaufen zwischendurch. Kann das sein? Du hast viel Krafttraining gemacht. Das sieht man auch an der Übung. Alle Übungen kraftmäßig sind schneller und stärker, deutlich. Aber so das Laufen da, in fact, hast du jetzt hier eine schöne Begründung ausgesucht. Also ich glaube, du hast auch zu wenig Laufen trainiert. Jetzt ist es raus. Ja, es ist auf jeden Fall, glaube auch ein Teil, nicht zu wenig, aber zu wenig intensiv auf jeden Fall. Ich bin immer nur locker gelaufen. Vor allen Dingen, ja, weil ich mittlerweile halt auch kein Profisportler bin und halt ein normales Berufsleben habe und am Wochenende sehr viel unterwegs bin und war mit meinem Schwimmcoaching da, ehrlich gesagt, selber ein bisschen faul und habe nur Leute gecoacht und habe wahrscheinlich zu wenig da einfach gemacht. Aber ich würde es jetzt nicht nur darauf schieben. Es war doch wirklich, ja, nicht mein bester Tag, aber es ist auch egal. Ich meine, ich habe es trotzdem geil durchgezogen und jetzt hier so im Burpee Broadjumps, da habe ich mich wieder ganz gut gefühlt. Da konnte ich eigentlich gut durcharbeiten. Da war ich zufrieden, auch mit meiner Technik. Und die Gergö da mir nochmal so ein bisschen verinnerlicht hat, nämlich so ein Step-Up zu machen und nicht immer hoch und runter zu springen, sondern hier einfach durchzuarbeiten. Und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass es nämlich nicht wichtig ist, Übungen schnell zu machen, sondern einfach non-stop, ja, ohne Unterbrechungen. Und das hat dazu geführt, dass einfach die Übungen insgesamt jetzt schneller ausgeführt worden sind, ohne dass ich wirklich schnell war. Ja, also einfach von Anfang an eine Pace finden, die man auch bis zur letzten Wiederholung durchziehen kann und nicht Pause machen muss oder sonst was, nur um fünf Sekunden am Anfang schneller zu sein. Und vor allen Dingen, man muss ja auch immer noch laufen, die ja danach. Das hast du ja jetzt bitter direkt am Anfang schon erfahren, was wir eben schon gesehen haben mit dem Sled-Push. Also da ganz, ganz viel schneller als beim ersten Mal, aber auch so viel Körner gelassen, dass es dann doch zu hart war. Also es ist noch viel Raum bei dir. Aber das sieht schon mal gut aus. Du arbeitest dich hier schön durch. Letztes Mal, weiß ich noch, lagst du irgendwie am Boden und hast fast angefangen zu weinen, als du mich angeguckt hast. Und dachtest, was mache ich hier? Und das sieht jetzt so aus, als wenn du dich auch wieder ein bisschen gefangen hast und den Puls wieder ein bisschen runterbekommen hast. Ja, vor allen Dingen beim letzten Mal war halt einfach die Brust komplett dicht. Und diesmal war die Brustmuskulatur deutlich entspannter. Und das war halt das Wichtige. Also letztes Mal konnte ich wirklich gar nichts mehr da. Und jetzt geht der Drucker hier los, weiß gar nicht, was er will. Aber auf jeden Fall habe ich hier schön durchgezogen. Wir wollen es euch auch in den nächsten Videos so ein bisschen zeigen, wie man vielleicht auch diesen Sled-Push noch nach draußen bekommt. Und dass ihr das vielleicht anderweitig trainieren könnt, ohne diesen massiven Block schieben zu müssen. Vielleicht auch im Wald das Ganze, dass ihr das da ein bisschen trainieren könnt. Weil das meiner Ansicht nach der große Knackpunkt im High Rocks ist, nämlich diese zweite Übung, die einen einfach komplett zerstört und man dann eigentlich nur noch irgendwie überleben will. Ja, ich glaube also, das ist das Allerwichtigste, dass man irgendwie sauber durcharbeiten kann, was du schon gesagt hast. Und vor allen Dingen auch sauber durchlaufen kann, während du hier die letzten Sprünge bei den Burpee Broadjumps machst, bevor es dann wieder zum Laufen geht. Was dann aber sieht man auch jetzt, obwohl du wirklich super gut durchgearbeitest und man eigentlich denkt hier, so, jetzt hat er sich wieder erholt. Das Laufen ist dann doch eher so ein lockerer Jog. Also das hat nichts mehr mit, wenn man dich vorhin kennt, mit Wettkampf zu tun oder Competition. Sondern das ist jetzt so eine Phase, wo man irgendwie, oder wo man sieht, du arbeitest jetzt einfach nur noch die Übungen ab und guckst irgendwie, dass du ins Ziel kommst. Ähnlich wie früher beim Ironman ab Kilometer 30 ist das ja so dieses Typische, wo man einfach, wo kaum noch Leben im Körper ist, sondern man einfach nur noch funktioniert. Richtig, ja, so war es auch. Ich glaube, das hast du auch währenddessen schon gesehen, dass auch mein Gesichtsausblick ein bisschen leer war, mein Gesichtsausdruck. Und ja, irgendwie sollte es nicht sein. Ich habe mich selber ziemlich geärgert danach, weil ich dann doch die Woche vorher noch so ein super Gefühl hatte und auch in einem Wettkampf angereist bin und dachte, ja, es läuft und heute werde ich richtig einen wegreißen. Ja, aber es war dann doch leider nicht so. 4,30 war jetzt gerade beim Laufen. Das heißt eigentlich, ja, war das Ziel, dass du so vierer Schnitt durchläufst alles. Da schon weit, weit weg. Beim Rudern sah es eigentlich, wenn ich das verglichen habe mit den links, rechts, du hast mir hier noch zugerufen, fühl mich kaputt, geht nicht mehr. Habe es kaum verstanden, weil die Mucke natürlich so laut ist da in der Halle. Aber ich habe dann von der anderen Seite nochmal gefilmt, deine Pace und mit den links und rechts neben dir das verglichen. Da warst du trotzdem beim Rudern, obwohl du dich hier beschwert hast, immer noch am schnellsten unterwegs. Stimmt, habe ich gut geübt. Ja, konstant so auf einer 1,50 Pace, auf 500 Meter warst du da unterwegs oder 1,45 teilweise sogar. Und um dich rum, die waren dann doch eher so bei zwei Minuten. Und eine spezielle Sache, die ich auch noch sagen wollte. Ich bin ja auch hier reingeschlappt in diese Bänder, ohne dass ich es festgemacht habe. Weil man kann da auch Zeit sparen, ja. Wenn man die Bänder nämlich komplett festmacht, das muss man 5 Sekunden bis 10 Sekunden dauert es festzumachen. 5 bis 10 Sekunden dauert es wieder, bis man es locker macht. Deshalb spart euch das Ganze. Schlüpft einfach nur rein und versucht zu rudern. Ihr werdet in den 10 Sekunden nicht so ein Tibiales Anterior, oder den Muskel vorne am Schienbein merken, dass er euch abfällt. Das heißt, bleibt lieber locker und macht die Dinger nicht fest. Ja, und was man noch sagen muss. Letztes Mal bist du wirklich, man sieht, das tut zwar weh, aber du hast dich schon beschwert. Beim letzten Mal bist du hier noch so hart gerudert und dachtest, ah, jetzt kommt ein Ausdauer-Ding, ich kann hier aufholen. Bist du jetzt hier noch minimal schneller als beim letzten Mal. 4,09 im Frühjahr und 4,03, was du jetzt gebraucht hast. Also im Rudern, muss man einfach so sagen, kann man gar nicht so viel Zeit gut machen. Ob man da jetzt 10 Sekunden oder 15 Sekunden schneller rudert, aber man kann sich da natürlich auch komplett zerstören. Ich denke mal, das war auch ein bisschen geschuldet, einfach weil die Ausdauerbelastung hier beim Laufen war. Ich war einfach deutlich schlechter, ich war kraftmäßig besser und dabei ist das gleich rausgekommen so ein bisschen. Grundsätzlich denke ich schon, dass ich im Rudern nochmal was zugelegt habe und auch zulegen hätte können. Aber wie du schon sagst, bei diesen Übungen musst du durcharbeiten. Da machst du jetzt nicht mehr den Riesenunterschied. Da wird selbst der Weltbeste jetzt nicht schneller als in 3,30 gerudert sein. Was ich aber ganz spannend fand, ist, dass du jetzt eben das Laufen war, was ich ja gesagt hatte, eine 4,27 und jetzt nach dem Rudern bist du eine 4,11 gelaufen wieder. Also das heißt, da sieht man schon, wenn es nicht zu sehr kraftlastig wird, obwohl du dich da stark verbessert hast, konntest du dich bei diesen Ausdauersachen doch wieder so ein bisschen erholen und dann war das Laufen auch direkt wieder besser. Also da kann man schon bei dir ganz eindeutig eine Progression sehen. Ja, absolut, so war es auch. Und da habe ich mich beim ersten Mal wieder etwas besser gefühlt, weil ich keine Kraftübungen gemacht hatte. Und jetzt kam hier das Pharma's Carry und das war wieder hart. Ich muss sagen, mein Ziel war es, irgendwie nur ein bis zwei Mal abzusetzen. Ja, das ist das Schwierigste, dass du einfach die Griffkraft in der Hand, ich meine, das Gehen ist kein Problem und in den Schultern, das geht auch irgendwie, aber die schweren Kettlebells mit 32 Kilo je Kettlebell einfach über so eine lange Strecke zu halten, über 200 Meter mit immer hier um die Kurve laufen. Das ist schon echt hart. Ich habe es geschafft, ohne einmal abzusetzen, habe ich das Ding durchbekommen. Also da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Was ich merke, als Schwimmer habe ich einfach so laxe Schultern, ich halte es nicht ordentlich fest und ich kann hier auch nicht richtig laufen. Aber ein Minute schneller als beim letzten Mal. Also auch hier eine krasse Verbesserung, nur dadurch, dass du auch wieder sauber durchgearbeitet hast, dass du es geschafft hast, das durchzuziehen, ohne abzusetzen. Also da muss man sagen, klar, das war eine schöne Progression und ich denke, da geht noch ein bisschen mehr. Ich habe gesehen, die Jungs hinter mir, die sind deutlich schneller mit den Gewichten gelaufen als ich, aber für mich war es dann erst mal durchkommen, ja, kommt ja vielleicht noch mal nächstes Mal, hoffentlich. Genau, und auch da laufen, wieder eine 4.18, also auch eigentlich noch mal wieder im Vergleich zu dem davor, ganz okay. Und jetzt kommt natürlich noch mal eine Killer-Übung, Sandbag-Launches. Die Killer-Übung, also ich muss sagen, das war auch die Übung, die mich letzte Woche so richtig rausgebracht hatte, wo wir den halben High Rocks gemacht haben. Man denkt immer so, ja, ein paar Ausfallschritte, das geht immer. Aber man sieht, wie schwer das Ding ist. Du kriegst es kaum auf die Schultern und ab geht's. Und du hast jetzt hier die Technik gewählt mit Zwischenschritt. Ist natürlich ein bisschen langsamer als komplett durchzugehen, dahinter dir macht es genauso. Würdest du es jetzt noch mal wieder so machen oder versuchen, doch mit einem großen Schritt nach vorne zu gehen, um einfach mehr Raum zu machen? Weil du hast ja das Gewicht trotzdem auf der Schulter. Richtig, ich glaube, das muss man situativ entscheiden. Für mich war es keine Option, den Schritt zu machen. Beim letzten Mal habe ich das teilweise durchgemacht. War auch die einzige Übung, die letztes Mal schneller war. 4,14, jetzt 4,23. Ja, letztes Mal hatte ich auch mehr Leute um mich rum. Da war das so ein kleiner Battle. Du kennst mich ja hier, hatte ich ja keinen gesehen. Da war das einfach nur so durcharbeiten. Und am letzten Mal hast du ja auch ein bisschen gemogelt, hast du gesagt. Ja, das stimmt. Auch noch gemogelt so ein bisschen. Hier habe ich sauber gearbeitet jetzt. Gergill war ja da, deshalb konnte ich mir nichts erlauben. Nee, Spaß beiseite. Wichtig ist ja einfach für sich zu checken, macht es Sinn, diesen kurzen Zwischenschritt, weil dann kann man immer ganz kurz erholen, wenn man halt das durchgängig macht und dann wieder irgendwie 3 Sekunden warten muss, dann ist das auf jeden Fall langsamer. Aber es gibt ja die Jungs, die das durchgängig machen. Das ist natürlich dann immer nochmal ein Vorteil. Aber sagen wir mal, in meiner Fitnessklasse, wo ich mich mal einschätzen würde, so und zwar vielleicht noch zum besten Drittel zählend, aber nicht vorne dabei. So halt alles ab 1,10. Die Jungs sollten, ich glaube, lieber besser mit Zwischenschritt arbeiten. Zumindest außer, die kommen vom Crossfit. Die Jungs, die können natürlich durcharbeiten. Ja, man sieht es ja auch, wenn du mal aufgestammt bist, dass es doch ein bisschen wackelig war. Aber hast es auch dann in einem durchgekriegt. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder das Ding. Trotzdem ist es schneller, wenn du durcharbeiten kannst, als wenn du nachher irgendwo stehst. Das war das Ziel. Du darfst das Ding auf keinen Fall fallen lassen, diesen Landsack. Lieber stehen kurz auf dem Rücken, aber niemals fallen lassen. Das kostet so viel Kraft, das Ding wieder aufzuheben. Ja, und auch ganz spannend, letztes Mal, also im Frühjahr, bist du bis zum Sandbag Launch das 4,10 gelaufen und nach dem 4,48 und auch jetzt runtergerutscht auf 5,18. Also da warst du richtig, richtig langsam. Warum 5,18 sieht man jetzt hier, nämlich an den Wallboards vorbeigelaufen. Ja. Und dann kam er zurück. Also Johann hat sich einfach verlaufen, war schon so durch, grinst hier selber vor der letzten Gruppe, weil er wusste, oh Mann, ich Idiot. Aber das zeigt auch ganz gut, dass du einfach, du warst nicht 100% bei der Sache. Ich war nicht der Einzige, der sich aber verlaufen hatte. Kollege Golo ist ja sogar zweimal, glaube ich, falsch. Also es war irgendwie, hat man hinten raus, ja, habe ich es einmal nicht mehr gesehen. Ja, wie war es bei den Wallboards? Wallboards. Vor allem hast du 50 Stück durchgekriegt am Stück, da warst du jetzt weit von entfernt. Ja, ich habe versucht, mit dem neben mir so ein bisschen ein kleines Battle da zu halten. Ich habe immer gesehen, dass der ähnlich unterwegs war wie ich. Und ich glaube, ich hatte zum Anfang 20 Stück geschafft und dann ging es rapide bergab. Also ich war einfach kaputt. Und daran habe ich auch noch am meisten gemerkt, dass das heute nicht der Tag war, an dem ich da top performen konnte, weil, ja, zum Schluss gingen ja nur noch zwei, drei Stück und ich hatte einfach nicht mehr die Power. Und, ja, es ging aber nicht. Du musst einfach viele Pausen machen und immer mehr und dann hast du auch teilweise No-Raps gehabt, weil du dann einfach hochgekommen bist und dann versucht hast, nur aus den Armen, weil du vergessen hast, den Ball zu werfen, sieht man, glaube ich, gleich nochmal irgendwo, oben dran zu kommen und da hatte Gary schon gekriegt, ey, sauber runter hier, jetzt, da. Das war nicht. Da ging nichts mehr. So richtig unnötig. Da war der Wille auch gebrochen. Ich glaube, die Hälfte ist hier bei den Wallboards auch der Wille, das einfach so durchzuarbeiten und ich war einfach so im Sack. Bevor du jetzt ins Ziel kommst und man sieht es, ich schwenke jetzt um, eine Stunde zehn, also trotzdem noch, eine Stunde zehn, sechsundvierzig, trotzdem noch über sechs Minuten schneller als beim letzten Mal, obwohl du wirklich schlecht gelaufen bist. Nein, nicht über, sondern es sind genau fünf Minuten fünfzig gewesen. Oh, okay. Gut, dass du mal nachrechnest. Genau, ja. Man sieht, du bist hier komplett durch, also so lange habe ich dich noch nie irgendwo liegen sehen, egal ob im Training oder nach dem Wettkampf. Vielleicht nach deinem ersten Ironman in Köln, wo du vier Infusionen bekommen hast. Aber du hättest dich auch fast gebraucht. Also, ja, ich war wirklich kaputt. Also, das war wirklich nur Wille durchzuarbeiten. Ich muss auch sagen, hätte ich dann, hätte ich so einen Trainingswettkampf gehabt, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ja, hätte ich nicht durchgezogen. Ja, dann kommen wir hier mal zum Ende, weil es gibt noch einen Abschluss mit dir und Georgi, wo ihr so ein bisschen Fazit zieht und nochmal ein bisschen Ausblick gebt, wohin es dann geht und was in Zukunft noch kommt. Und dann hoffen wir mal, dass du beim nächsten Mal wieder vernünftig laufen kannst, Johann. Definitiv, das werde ich. Das war was, ey. Läuft. Ich bin im Arsch. Das war's. Es wird nicht einfacher, auch wenn es ein bisschen schneller war, sechs Minuten schneller als letztes Mal. Die 1.10, die ich ja gesagt habe, runtergerissen, leider. Knapp drüber, 40 Sekunden drüber. Aber ich muss sagen, ich habe mich einmal verlaufen. Das war's vielleicht. Das war nicht ganz so viel, aber fast. Also, ihr merkt, ich habe alles gegeben, war ziemlich kaputt. Nochmal, sommer, sommer rum, das Laufen lief einfach diesmal nicht. Es war deutlich langsamer, aber die Übungen an sich waren geiler. Ich habe da alles durchgemacht, außer das, äh, die Wallballs, ähm, ja, muss ich sagen, habe ich auch gelitten. Insgesamt Fazit, äh, ja, einfach heute war nicht so ganz mein Tag. Also, letztes Mal war es subjektiv ein besserer Tag für mich. Also, war es zumindest vom Gefühl her, ähm, ja, war von dem, was ich erwartet habe, natürlich ein bisschen schade. Dennoch, deutliche Verbesserung, das ist das Wichtigste, dass man sich immer verbessert, zum letzten Mal, ne? Oder? Was lasst du dir? Freude. Also, ich bin sehr zufrieden, auch wenn man es währenddessen bei dir nicht so angesehen hat oder angemerkt hat. Aber der hat, äh, Johan hat sich bei allen Kraftübungen oder bei allen einzelnen Workouts verbessert. Also, deutlich. Beim Schlitten, was am schlimmsten war, bist du Zweiter geworden heute. Ja, ja, ja. Ja, der Schlitten ging. Also, mach mal so, da haben wir die Technik einfach gesehen. Guckt unsere Videos, da bekommt ihr die besten Insights, ja? Also, mit der richtigen Technik kann selbst so ein Lurch wie ich die zweitbeste Zeit-Deal hinlegen, ja? Aber danach, muss man ganz klar sagen, habe ich einfach ein Problem gehabt mit dem hohen Druck. Ähm, Herz-Kreislauf-mäßig kam ich heute überhaupt nicht zurecht. Ähm, deshalb, ich war so ein bisschen ein geschlossenes Reh. Ja, und bin dann so von Übung zu Übung. Aber ich habe mich durchgearbeitet, ich wusste, äh, aufgeben gibt's nicht, ne? Und, äh... Und sechs Minuten sind sechs Minuten. Sechs Minuten, ne? Also, war das Positiv. Nichtsenden, das Ganze immer besser als beim letzten Mal. Also, beim nächsten Mal muss es dann noch schneller sein. Wo das sein wird, das werden wir euch noch verraten. So viel sei gesagt. Heute jetzt geht's erstmal, äh, eine Bratwurst essen, oder? Was machst du was? Ja, das ist meine Bratwurst, ne? Und by the way, wenn es euch gefallen hat, was ich hier mache, beziehungsweise was Görgel mir hier zeigt, dann, ähm, abonniert den Kanal und gebt uns ein Like nach oben. Da würden wir uns echt mega drüber freuen. Also, in dem Sinne, wir trainieren weiter. wir trainieren weiter. Und dann, ähm, Und dann, ähm, wir trainieren.